Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Astrobot. Kanonenbügel gibt's heute. Heftige, heftige Kanonenbügel gibt's heute. Ich hoffe, ich kann aber auch ein bisschen übel. Übel. Oh, oh, scheiße. Das Passestück. Ja, das habe ich bekommen, das Passestück. Okay, das Geschleunigen war die Lösung, okay. Oh, oh Gott. Oh! Schnell verkackt, hä? Aber ganz schnell verkackt. Da kommt's. So, jetzt aber. Und tschüss. Oh! Und geh. Bevor es wieder zerbröckelt hier. Okay, was willst du? Was kriege ich hier? Oh? Achso. Okay. Okay, warte mal. Jetzt habe ich sicher was verkackt. Da war... Ne, da waren... Ah! Scheiße! Ich wollte nur gucken, ob es da noch was zu holen gab. Ach, scheiße. Aber ne, gab's nicht. Okay. Komm, schieß du nur. Ja. Heng. Ja, 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 ja. So. Easy. Keine Bots hier, hä? Jesus. Sehr gut. Oh, warte. Weg mit ihm. Okay. Immer noch keine Bots. Okay. Geht das? Ja, das geht. Oder unten. Scheiße. Goal. Warte. Ja, okay. Nochmal, so. Okay. Scheiße. Ah, warte. Ich glaube, ich... Ja, ich weiß, was ich machen muss. Okay. Ja, ja, ja. Got it. Ähm. Hier war der von nebenher gekommen. So. Guck mal hier hoch. Guck mal hier hoch. Ja. Ja, warte mal. Okay, gut. Komm nochmal zurück da. Ja. So nämlich. Da. Da haben wir den ersten Bett. Eilstein-Entwecker. Rück. Wunderbar. So, was wollt ihr? Erstmal hat gar nichts. Weiter, Box. Sehr gut. Kommt ihr... Oh, die Lama kommt ja hoch. Ach, du heilige Scheiße. Okay, warte mal. Passes Stück, okay. Und geh. Danke. Okay. Ich mach das sehr gut. Ja, komm nur. Und explodieren. Danke. So ein Bot hier irgendwo. Oh, guck mal da drüben, ja. Da haben wir doch was. Was haben wir denn hier? Shit. Nein. Das war jetzt dumm. Das war jetzt... Das war dumm. Naja. Merk auf, meine Lieben. Da. 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 Zack, 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 zack. Was haben wir hier? Aha. Wo ist es denn? Welcher ist es denn? Wem ist mir nicht... Ja, der hier. Ich bin nicht der andere, der schon ein Fressionsbild. Hallo. Kleiner Bot. Nr. 3. Sehr schön. Ich bin wieder zurück. Na los. They see me rollin. They hate him. Okay. Das geht, okay. Gut zu wissen. Ist da oben noch was? Da muss doch was sein, oder? Guck mal. Oh Gott. Warte. Oi. Aha. Ja, guck mal. Eine kleine Extra-Welt. Okay. Okay. Oh ne, da... Ah, okay. Ja, also selbst die Lava, die ist dann doch ein bisschen zu viel für mich, ne? Got it. Okay. Ja. Nein. Nein. Nexus-Stribbonerin. Wir gehen. Wir... gehen. Sehr gut. Und weiter geht's. Ja. Da hat sich das Putzen mal nicht gelohnt, ne? Oh Gott, die Dinger gehen runter, ne? Erstmal den Bot reffen, so. Komm. Einer. Bei. Wunderbar. Du kannst mich mal mit deinen blöden Flammen. Okay, ähm... Bevor wir... Ja, guck mal, da. So ein Puzzlestück. Das sind ja nicht alle Puzzlestücke, ne? Kann das sein? Das ist auch so. Okay. Und so. Haha, was machst du da, mein Freund? Haha. Was machst du da? Bot Nummer 6 von 7. Da, mach das mal. Auf, da. Okay. Fragst du dich, wo haben wir den letzten... Bot? Ach, schade. Muss mich beeilen, ne? Da ist er. Ja. Ja. Sehr gut. Alle Bots gerettet. Alle Passestücke gefunden. Hier. Wir können gehen. Und tschüss. Ich bin bereit zum Gehen. Jetzt kommt wieder ein Bossfighter. Also ein Mini-Bossfighter. Okay. Na dann. Was muss ich hier machen? Okay. Sehr gut. Ich hab Glück gehabt. Scheiße. Der Kleine hat mich getroffen. Das gibt's ja nicht. Na komm. Ich mach das schon mal bereit, um hier nach drüben zu gehen. Ja, ja, ja. Na los. Warten. Ja. Booms. Ja. Gut. Oh, shit. Warte mal. Shit. Ja, machen wir mal. Voll ins Auge. So mögen wir das so. Guck mal. Warte mal. Hä? Wunderbar 3. Ja, da ist der Kopf weg. Sehr gut. In mir. Na los, wir warten nochmal. Warte. Hä? Ne, ne. Ja. Na gut, hätten wir das erledigt. Soll ich das sagen? Wir sehen uns morgen wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen. Hab einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. N DUG3107204! BETS